Guten Tag, die Herren. Herzlich willkommen in Dorsten. Herr Raiffeisen, Herr Schulze-Delitsch. Schön, dass Sie bei uns in Dorsten sind. Wir schauen uns heute die Folgen von Dorsten mal an, anschließend die Energiegenossenschaft. Und heute Abend, da rocken wir heute Abend so richtig Dorst. Wie läuft Dorst? Die Chartparty. Und da geht richtig die Post ab. Ich bin davon überzeugt, dass wir die genossenschaftliche Idee leben. Einer für alle, alle für einen. Und das bedeutet einfach, dass wir unsere Kunden da abholen, wo sie stehen, die Bedürfnisse versuchen zu erkennen und denen bestmöglich entgegenzukommen. Von unseren 30.000 Kunden sind 18.000 Mitglieder, die aktiv von uns bedient werden. Und ich hoffe, dass sie zufrieden werden. Hier sind wir auf dem Dach der Geschwister-Scholl-Schule. Hier betreibt die Dorstner Energiegenossenschaft ein Solardach, wie auf anderen Dächern auch. Insgesamt acht Dächer hier in Dorsten. Und diese Energiegenossenschaft hat 151 Mitglieder und freut sich daran, wenn die Sonne scheint. Entwerte auswählen. Nummer 2. Untertitelung des ZDF für funk, 2017